Bitte? Leichenbakterien. Und wir würden ganz gerne wissen, wie die in ihren Mund gekommen sind. Hatten Sie vielleicht in der letzten Zeit Kontakt zu einer anderen Person? Ich meine, Intimkontakt? Wo ist die Leiche? Frau Grant, da haben Sie in der letzten Zeit jemanden kennengelernt, mit dem Sie, naja... Irgendwelche Partys, Kontaktbörse, Singletreffs. Hallo! Ich glaube, ich hole noch lieber einen Schluck Wasser, oder? Ich will ja gar nichts vorhalten. Ich will ja gar nichts vorhalten. Du interessierst mich nicht mehr. Du bist ein Fliegenfurtz. Ein was? Ach, erzähl mir doch nicht, dass Melly dich nur eingeladen hat, weil du im Strange diese komische Motor- und Scheiße spielst. Sie wird keinen kennen, der auflegen kann. Bitte? Vor ihrer Verlobung hat diese Nutte jeden zweitklassigen DJ gefögelt, der nach dem dritten Wodka eine Plattenkarriere versprochen hat. Na und? Dann ist Melly halt eine Nutte, aber in Wem sagt zu dir, eine mit Stil. Also, war nett, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Danke. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017